Hallo, ich heiße Anastasia und ich wohne in Bad Kissingen. Ich komme aus der Ukraine und zwei Jahre habe ich mit meiner Familie in Bad Kissingen gewohnt. Ich bin die Arztin von Beruf und in der Ukraine hatte ich meine Tierarztklinik. Aber jetzt in Deutschland, ich arbeite als Helfin in einer Praxis. Wenn wir gekommen sind, wir wohnen in München, aber in Bad Kissingen. Ich habe einen Job gefunden, das war in einer großen Tierlaboratorie, Laboclin. Und ein Jahr habe ich in der Ukraine gearbeitet. Jetzt arbeite ich eine Praxis in Schweinfurt. Er heißt Tierarztin an Schemmstraße. Ich bin Helferin, aber nach Bezweifprüfung, ich werde Beruf Erlaubnis machen und ich werde arbeiten als Ärztin. Ich mag Bad Kissingen. Für mich ist der beste Stadt in Deutschland. Er ist sehr schön und gemütlich und sicher und freundlich. Ich habe in Bad Kissingen meinen ersten Job gefunden. Und mein Sohn mag auch in Bad Kissingen, weil er hier Freunde hat. Und er hat den ersten Kindergarten in Bad Kissingen. So für mich ist am besten spannend. Mein Tipp ist, ich glaube am besten, was wir jetzt machen können, ist Deutsch lernen. Weil Bad Kissingen ist so eine freundliche Stadt mit freundlichen Leuten. Aber unser großes Problem ist die Deutschsprache. So, wir müssen Deutsch lernen und dann alles wird gut. Ich bin Anastasia aus Bad Kissingen. Ich bin Anastasia aus Bad Kissingen. Es ist ein jeder bombene Lind. Ich bin Anastasia aus Bad Kissingen. Wir können学me nie aus Bad. Arsch.